»Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, viel zu lange habe ich mich nicht mehr gemeldet. Nein, nein, es waren nur Zeiten, da brauchte ich einfach etwas Abstand. Aber das alles liegt ja hinter uns. Denn vor Ihnen liegt eine Welt voller technischer Errungenschaften und Erneuerungen, die Sie sinnvoll nutzen werden. Wir sind Erfinder, keine Bedenkenträger. Wir lieben das Erneuern und nicht das Verwalten, ohne unsere Tradition zu vernachlässigen. Das war so, das ist so und ich weiß, das wird so bleiben. »Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk« Am Mikrofon Michael Gret. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 379. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Heute am 21. September 2017. Ich bin zurück aus der Sommerpause und mit viel Schwung und Energie. Das habt ihr schon am Intro gehört, denn ich habe gleich mal so zum Start in den Herbst ein bisschen Audio geschnippelt mit einem kleinen Clip aus einem Video, das auf YouTube veröffentlicht worden ist. Die Stimme gehörte Karl Benz, natürlich nicht wirklich Karl Benz, aber dem Schauspieler, der Karl Benz dort nachstellt, aus einem Video, was bei Daimler intern mal zur Motivation der Mitarbeiter gezeigt wurde. Die Stimme macht sich doch gut, das ist am Einstieg. Das Video verlinke ich euch in den Show Notes, könnt ihr euch mal ganz anschauen, das sind glaube ich viereinhalb Minuten. Warum spiele ich das ein? Natürlich, und dafür schätzt er diesen Podcast, hat das alles eine tiefere Bedeutung, denn zum Start sozusagen in den Herbst habe ich gleich einen ganz besonderen Interviewgast hier im SharePoint-Podcast, nämlich Sascha Pallenberg. Seines Zeichens beim Daimler, jetzt der Head of Digital Content und ihn habe ich in Berlin auf der Enterprise Business Collaboration Konferenz getroffen, wo er einen halbstündigen Vortrag eben über die digitale Transformation bei Daimler gehalten hat und ja, dann war Mittagspause und dann habe ich gesagt, Mensch Sascha, hast du nicht mehr Bock, komm, mach mal einen kleinen Podcast und nett und sympathisch wie er ist, hat er natürlich sofort Ja gesagt und wir haben uns dann ganz niedlich in schöner Sonne am Hotel Oderberg unterhalten, im Garten. Eine wunderschöne Location übrigens in einem alten, umgebauten Schwimmbad. Da war die Konferenz, die Tagung fand sozusagen mitten auf dem alten Schwimmbecken statt. Und ja, über diese Konferenz werde ich demnächst mal mehr noch berichten, wahrscheinlich dann in einem Video auf Facebook oder so. Das muss ich mal inhaltsmäßig aufbereiten, weil da sehr viele interessante Dinge erzählt wurden. Aber heute, wie gesagt, das Interview, drei Dinge habe ich noch vorab, die ich hier loswerden möchte, denn ich komme nicht nur aus dem Sommerloch zurück, sondern ich habe auch noch die Taschen voll mit kleinen Geschenken, denn wir haben wieder Verlosungen. Ihr wisst, im Herbst ist wieder Veranstaltungszeit und zwei Veranstaltungen werfen ja schon seit längerem hier ihre Schatten voraus. Wir haben hier schon öfter mal den Community-Code verraten. Das eine ist die SharePoint Unite-Konferenz in Amsterdam in der Tradition der SharePoint Connect, wie sie früher mal hieß, die vom 24. bis 26. Oktober stattfindet. Und die andere Konferenz ist halt die früher mal SharePoint Europe genannte oder europäische SharePoint-Konferenz genannte Veranstaltung, die aber heute heißt Europäische SharePoint, Office 365 und Azure-Konferenz. Das ist natürlich in der deutschen Übersetzung, englisch heißt sie natürlich anders. Und von beiden habe ich eine Freikarte bekommen, die ich hier über diesen Podcast verlosen kann. Naja, und die als langjährige Hörer wisst ihr das und falls ihr erst ganz neu zu diesem Podcast hinzugekommen seid, dann will ich es allen nochmal verraten. Wie beteiligt man sich darin? Nun, man schreibt einfach eine E-Mail an sharepointpodcast at outlook.de, sharepointpodcast at outlook.de und dann in den Betreff rein, entweder SharePoint Unite, wenn ihr nach Amsterdam wollt oder ESPC 2017, also ESPC 2017, wenn ihr nach Dublin wollt. Schickt das hin oder schreibt hier eine kleine Notiz in die Kommentare auf den Shownotes zu diesem Blog, aber bitte hinterlasst irgendwo ein Kontaktdatum, über das ich euch erreichen kann. Ja, das wäre sehr gut bei E-Mail. Okay, kriege ich ja normalerweise eure E-Mail-Adresse, aber wenn ich hier einen Kommentar poste, muss der irgendwie die Möglichkeit bestehen, mit euch Kontakt aufzunehmen. Also, für jede dieser beiden Konferenzen jeweils eine Freikarte und das Ganze läuft bis zum 30.09. und dann wird gemischt und dann wird verlost. So, dann empfehle ich wieder mal in den Community-Kalender zu gucken auf SharePoint Social. Ganz viele Veranstaltungen sind noch weitere da, an User-Group-Treffen, Meetups, Webinaren und, und, und. In der nächsten Sendung kommt einfach nochmal viel, viel mehr dazu. So, das soll aber für den Einstieg heute gereichen. Widmen wir uns lieber dem Interview, was ich mit Sascha Pallenberg geführt habe. Und insofern, Jingle und ab. Ja, vielen Dank erstmal hier jetzt einzu-Durfen. Mein Name ist Sascha Pallenberg, ich bin seit Anfang des Jahres Leiter für den digitalen Content beim Daimler in Stuttgart und wohne ansonsten in Taiwan. Genau, du hast ja eine lange Historie und für alle, die Sascha Pallenberg nicht kennen, würde ich sagen, empfehle ich mal, adjustiert mal eure Social-Media-Tools. Du bist ja schon ganz lange mit dabei, mit Mobile-Geeks hast du eine ganze Menge gemacht. Und dann kam vor, ich weiß nicht, einem Jahr ungefähr, der Ruf des goldenen Sterns aus Stuttgart und hat dich gefragt, mit deiner Expertise, komm mal zum Daimler und räum da mal mit dem Digital-Workplace oder mit dem Change-Management auf. Ist das so richtig? Ja, so etwa, also ein bisschen länger her als im Jahr, im Juli 2016 kam der Anruf von Daimler und mir ist diese Stelle vorgestellt worden und dann habe ich mir erstmal zwei Monate darüber Gedanken gemacht, was das denn bedeuten würde, wie auch immer man das definieren mag, aber ich sage so gerne so Scherz ab, auf die dunkle Seite zu wechseln, weil wenn du zuvor freies Publishing gemacht hast und ja auch nicht nur den Daimler durchaus mal hier und da durch den Kakao gezogen hast, dann ist das auch einmal eine ganz andere Welt, wenn du in die Unternehmenskommunikation gehst. Insbesondere wenn du in die Unternehmenskommunikation einer Firma gehst, die für die Gesamtindustrie und für die Gesamtbranche ja eigentlich der treibende Innovator war, weil Daimler hat letztendlich das Auto erfunden und auch das Motorrad und ich habe es vorhin auch hier gesagt, auf dieser Konferenz auch der erste Führerschein ging an einen unserer Gründer. Aber wenn du in so ein Unternehmen mit einer 130 Jahre, oder mehr als 130 Jahre alten Traditionen gehst, dann fühlt sich das natürlich erstmal ein bisschen anders an. Du wirst auch von einer gewissen Ehrfurcht mitgenommen, wenn du dann da in die heiligen Hallen nach Untertürkheim reinkommst und du denkst so, boah meine Güte, hier kommt das alles her irgendwo. Das war schon spannend, aber genau das war es auch gewesen. Ich bin ein riesen Freund von Innovatoren. Ich mag die Firmen, die die Traute hatten, was Neues zu machen und unsere Gesellschaften eigentlich umzukrempeln. Das Automobil hat oder Mobilität hat unsere Gesellschaft wahrscheinlich sogar noch stärker umbekrempelt als das erste Telefon und vielleicht sogar als das erste Smartphone, weil unsere Städte sehen trotz Smartphones immer noch gleich aus. Stell dir mal unsere Städte ohne Automobil vor, hätten wir ja keine Straßen mehr. Ja, denke ich auch, obwohl von den Städten sieht man ja heute kaum noch was, weil man immer nur auf dieses Handy guckt. Ja, ich glaube, da hast du wirklich einen riesengroßen Schritt gemacht. Was ist denn jetzt deine aktuelle Aufgabe beim Daimler? Schaffen. Wenn du mich schon mit dem Daimler fragst, dann muss ich natürlich schaffen erzählen. Was ganz, ganz, ganz wichtig war. Ich war am Anfang viereinhalb Monate in Stuttgart, also mein sogenanntes Onboarding und habe wahnsinnig viel kennengelernt. Weil wenn du in einem Unternehmen mit über 280.000 Mitarbeitern sitzt, dann haben sich dann da durchaus so wahnsinnig viele Silos gebildet und hier und da auch mal ein Jurassic Park, wo man sich drüber unterhalten muss, was man auch mal analysieren muss. Aber dennoch glaube ich, dass der Daimler und unsere diversen Marken auch in den letzten Jahren schon einen wahnsinnigen Job gemacht haben. Und meine Güte, ich habe schon dreimal wieder wahnsinnig gesagt. Das natürlich im positivsten Sinne. Was auch ein Grund war, warum ich dahin gewechselt bin. Zu sehen, wie sind die denn da aufgestellt und wie breit hat man sich für die Zukunft positioniert. Zum ersten Mal erfahre ich, was eigentlich hinter diesen wahnsinnigen Jobbezeichnungen in der Corporate-Welt steht. Ich habe mir immer vorgestellt, was macht denn ein Head of Digital Content? Das sagst du jetzt. Ja, ganz genau. Es geht natürlich darum, unsere eigenen Kanäle zu stärken, unsere digitale Strategie weiter zu entwickeln, zum Teil in verschiedenen Kanälen auch neu zu entwickeln. Nicht nur extern, aber auch intern. Ich bin ein inhaltlicher Mensch erst mal. Natürlich, dadurch, dass ich bei Mobile Geeks in einem Team von nur zehn Leuten gearbeitet habe und wir das auch sehr, sehr schnell umsetzen konnten, ist die technische Komponente mir ja nicht ganz fremd. Also ich habe meine ersten CMS-Systeme vor 15 Jahren halt selber aufgesetzt, damals in PHP noch. und auch das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Meine SEO-Kenntnisse musste ich mir selber beibringen und habe sie mir angelesen, wo wir heute überall irgendwie jemanden für haben oder wenn nicht sogar eine ganze Abteilung, die sich darum kümmert. Also so ein bisschen, ich will nicht sagen Mädchen für alles, weil wir haben ganz, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten. manchmal braucht es aber auch nur so ein kleines, ja eine kleine halbe Umdrehung an so einem Schräubchen, ja um etwas zu optimieren, um etwas zu verändern, um auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufzuzeigen, dass da was passiert und dass wir da besser werden können, schneller werden können. Das fühlt sich für mich ja immer noch zehnmal zu langsam an, was da passiert. Aber ich glaube, wir sind schon sehr, sehr schnell, vor allen Dingen im Vergleich zum Mitbewerbern. Wir trauen uns was. Auch vielleicht auch ein Stück Fehlerkultur zu lernen. Das ist gerade etwas in einer Branche und gerade bei uns, die wir für uns beanspruchen oder den Anspruch haben, mit der S-Klasse das beste Auto auf der Welt zu bauen, ist Fehlerkultur durchaus schwierig. Ich finde es interessant. Also du hast Head of Digital Content, das hört sich jetzt zum ersten Mal so ein bisschen so externe Geschichte, aber das sagst du aber intern. Wir sind ja, hier das Interview zeichnen wir auch auf der Enterprise Business Collaboration. Du hast einen schönen Vortrag gehalten. Mich würde natürlich gerne interessieren, weil diese Konferenz ja viel mit dem Digital Workplace und dem Change zu sagen, was für eine Auswirkung hat deine Arbeit auf den Change-Prozess? Ich meine, du hast heute ein schönes Beispiel gezeigt, AMA, Ask Me Anything mit Dieter Zetsche. Wir sehen ja in vielen Firmen, dass vielleicht der Chef auch die Idee hat, hey, wir müssen mal ein bisschen digitaler werden. Aber bis das Büro bis nach ganz unten dringt, ist ja relativ schwierig. Kannst du mal sagen, was ihr mit diesem AMA habt bewirken wollen, mit diesem Ansatz? Oder vielleicht noch einen Schritt vorher, inwieweit siehst du deine Aufgabe oder deine Arbeit als Beitrag, um diesen Change-Prozess intern anzustoßen? Natürlich hast du in so einem Unternehmen, sind Positionen, Abteilungen, Bereiche durchaus, naja, optimiert und zugeschnitten auf ganz bestimmte Anforderungen. Es ist aber sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass mit dem Team, was wir da aufbauen und was wir generell vorhaben, naja, so einen Hybriden oder Intermediär schaffen wollen, der ein bisschen freier läuft, der zwischen einzelnen Bereichen hin und her springen kann auch. Und das haben auch die ersten Monate, glaube ich, ganz gut gezeigt, ja, dass ich wirklich einmal quer durchs Unternehmen geschossen, nicht unbedingt von mir heraus geschossen bin, weil vielleicht hier und da auch die Ehrfurcht zu groß war, sondern zum Glück auch gezogen wurde von vielen Teilbereichen. Die sagten, wir haben jetzt so Digital Aftersales, haben so ein weltweites Meeting auf Mallorca gehabt für zwei Tage, komm doch mal da vorbei, reden wir ein bisschen was über die Zukunft der Monetarisierung von dem Fahrzeug als Device, ein bisschen über Plattformökonomien geredet, was eine völlig andere Welt ist. Aber auch da, obwohl ich mich eigentlich um Inhalte kümmere, aber natürlich, dass ich 15, 20 Jahre lang im Tech-Business unterwegs war, kann ich, glaube ich, Menschen einen sehr, sehr guten Ausblick darauf geben, was in den nächsten 15 Jahren passiert wird. Wir können ja nicht auf der einen Art und Weise propagieren, wir bauen autonome Autos, wir werden keine Unfälle mehr haben und dann muss ich Zetsche auf der Jahresbilanzpressekonferenz hinsetzen und sagen, ja, unser Ersatzteil-Business ist aber mal eben kurz um ein paar Milliarden eingebrochen, weil wir keine Schoßstangen mehr verkaufen, weil die Autos keine Unfälle mehr bauen. Also, lasst uns mal zusammen Brainstorming machen, was gibt es für Services in der Zukunft? Und ich finde, in der letzten Woche haben wir ein schönes Beispiel gehabt, indem wir eine Partnerschaft mit Tidal bekannt gegeben haben, also Musik-Streaming-Service mit 50 Millionen Tracks da drin, die zu uns kommen werden. Also, es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass du ab und zu mal Leute hast, die nicht so in so einem Korsett sind und Blickwinkelkonzentratoren aufhaben, sondern die die Möglichkeit haben, hin und her springen zu können auch und von allem so ein bisschen mitzunehmen, hier und da vielleicht auch sehen zu können, welche Schnittmengen es gibt, weil letztendlich ist Kommunikation an sich das große Bindeglied, was uns in der Gesamtentwicklung des Konzerns nach vorne bringt. Denn Abteilungen und Bereiche wachsen stärker und stärker zusammen. Der Pkw der Zukunft muss die Möglichkeit haben, mit dem Trakt der Zukunft reden zu können. Wir müssen in Zukunft Meta-Apps haben, wo wir sämtliche Mobilitäts-Service drüber rum haben. Also, damit meine ich zum Beispiel so eine Situation, du fährst zum Ikea hin mit deinem ausgeliehenen Car2Go, eine A- oder B-Klasse oder wie auch immer. Du kaufst ordentlich ein, weil es so wahnsinnig viele Sonderangebote gab, findest das alles ganz toll und überlegst du dir, wie kriege ich das alles in den Kofferraum rein. Da haben wir übrigens lustigerweise so eine schöne App, die nennt sich Pactress. Da kannst du dann die Pakete scannen, den Barcode scannen. Dann sagt er dir genau, wie sollst du die in den Kofferraum reinpacken, damit das passt. Und wenn sie dann nicht mehr passt, kannst du dann sofort hier einen Sprinter bestellen. Und auch das muss zusammenkommen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man Menschen hat, die so ein bisschen auch out of the box denken. Ich finde gerade so ein Beispiel, was du gesagt hast, finde ich immer klasse, weil wenn du dann zu Unternehmen gehst und einfach sagst, guck mal, sowas geht schon und das wird auch uns betreffen und ihr arbeitet noch nach alten Verfahren oder ihr guckt da gar nicht hin. Wir müssen sowas dafür auch fit sein. Du sagst ja, ganz wichtig ist die Kommunikation. Du hast am Ende eines Vortrags, ich hast mir aufgeschrieben, hast du gesagt, ich hast mir auch aufgeschrieben, du hast doch gesagt, es ist wichtig, dass die Mitarbeiter, oder war das Karl Benz, der gesagt hat, der Karl Benz in eurem Video. Die Mitarbeiter sind das Wichtige, die müssen das umsetzen und die Vision. Das heißt, dazu müssen die aber auch jetzt sozusagen digital arbeiten, also besser arbeiten. Bewirkt denn deine Arbeit, die du machst, einfach so auch die Anstöße zu geben, um das sozusagen diese Offenheit mal zu generieren? Ich rede immer ganz gerne davon, dass es nicht auf die Tools ankommt, sondern auf den Mindset der Mitarbeiter, die Motivation unserer Mitarbeiter. Da nutzen sie ja auch gerne Tools. Zum Teil nutzen sie ja weitaus mehr Tools, als wir überhaupt in einem Konzern haben und sind vor allen Dingen auch zum großen Teil digital affiner, wie manche Prozesse, die wir in so einem Großkonzern haben. Es ist nicht so, dass ich hier der große Innovator innerhalb des Daimler-Konzerns bin. Ich bin hier nur ein klitzekleines Mosaiksteinchen in einem der größten Reliefen, die es in dieser Branche gibt. Aber all diese kleinen Mosaiksteinchen sind voneinander abhängig. Wir sitzen alle in einem Boot, ob das PR und Marketing ist, ob es die Truckis sind, die Vents oder die Leute, die im Mobilitäts-Service mit Daimler Financial Service sitzen. Letztendlich am Ende des Tages gibt es genau hier zwei Strategien. Autos oder Services zu verkaufen. Verkaufen wir da mehr von, haben wir alle mehr Spaß. Arbeiten wir enger zusammen, sehen wir mehr Chancen, können wir Prozesse optimieren. Kommunizieren wir das entsprechend gut. Intern wie auch nach extern wird uns das helfen. Kommunikation ist der Grundstein aller Unternehmungen. Wenn ich mich hier nicht hinsetze mit irgendjemandem und wir schreiben eine verrückte Idee auf den Bierdeckel auf und machen uns Gedanken darüber, werden wir nicht weiterkommen. Wir müssen miteinander reden. Und Kommunikation ist vor allen Dingen keine Einbahnstraße, sondern immer der Start für eine Unterhaltung, für eine Diskussion. Das heißt, du musst auch Feedback abholen. Dafür hat der liebe Gott dann oder beziehungsweise Onkel Duden auch mal ein paar Satzzeichen erfunden. Das Fragezeichen ist dafür da, dass man durchaus erwarten kann, dass es darauf eine Antwort gibt. Das ist ja sehr wichtig. Ihr habt ja dafür eine Kommunikationsplattform aufgesetzt. On Air heißt die. Das ist so, wo ihr nach außen kommuniziert, aber eben auch die Rückmeldung war. Und da kommen wir nochmal zurück auf dieses AMA mit Dieter Zetsche. Kannst du da nochmal einen kurzen Bericht drüber geben? Also nochmal, das ist ein Teil dieser internen Strategie, so etwas zu nutzen. On Air ist ganz, ganz wichtig. Unser Nachrichtenportal, da lief natürlich diese zehn Fragen an Dr. Zetsche. Dieses Format lief da auch. Ganz wichtig wird dann auch nochmal zum Ende des Jahres. Wir rollen auch eine Jive-Variante aus. Ich glaube, wir haben ja hier Kollegen von der Telekom gehabt, die Jive auch nutzen als unser Social Internet, was, glaube ich, ein riesengroßes Abenteuer wird. Bei einem Social Internet, und das ist, glaube ich, auch das, warum hier und da gerade in Großkonzernen immer wieder Angst vorherrscht, so etwas überhaupt zu starten. Mit On Air geben wir ja eigentlich die Diskussionsgrundlage vor. Du hast das Thema oben, darunter können sie kommentieren. Wenn du einen Social Internet startest, wo auf einmal jeder zum Content-Ersteller werden kann, ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dass manche sich noch nicht mal dem Ansatz erträumen können, was da auf uns zukommen wird. Ich halte es für wichtig. Ich halte es für wichtig, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bei uns kommuniziert, dass sie uns sagen, was ihnen gefällt, aber vor allen Dingen natürlich auch, was ihnen nicht gefällt. Erfahrungsgemäß ist es so, dass du öfter hörst, wenn dir etwas nicht gefällt. Wie selten sagen wir denn einfach mal in einem Restaurant, hören Sie mal ganz ehrlich, ohne dass jemand fragt, hat es denn geschmeckt? Soll ich mal was sagen? Das war so toll. Und sie waren so nett hier und wie sie das alles gemacht haben. Und mir gefällt auch die Deko und so weiter. Das macht doch überhaupt keiner. Vor allen Dingen nicht in Deutschland. Ich finde das immer sehr, sehr schade. Du kannst eine ganze Menge verändern, indem du Menschen positives Feedback gibst. Warum? Weil sie dann wissen, was hier toll ist. Nicht nur wissen sie dann, was gut ist und in welche Richtung sie laufen müssen. Sie werden wahnsinnig motiviert dadurch. Wenn du den ganzen Tag nur hörst, wie scheiße das läuft. Und du kommst vielleicht noch irgendwie mit persönlichen und privaten Problemen an den Arbeitsplatz und kriegst oben nochmal einen aufgesteckt aus dem Negativkessel. Ja, dann ist das irgendwann mal voll. Wichtig ist auch zu sagen, ey, das gefällt uns gut. Lass uns da weiter daran arbeiten, das zu optimieren. Und das machen wir mit solchen Ask-Me-Anything-Formaten, die natürlich auch sehr kritisch sind. Das machen wir genauso mit On-Air. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das auch so weiter ablaufen wird mit unserem Social Internet. Das ist ja ein super Vorbild, wenn der Chef sich so diesen offenen Fragen stellt. Ist das dann jetzt auch ein Format, was vielleicht, sagen wir mal, ins Mittelmanagement reingeht? Und dass dann mal das Mittelmanagement sagt, okay, ich mache jetzt auch mal ein AMA mit meiner Abteilung. Ihr könnt mich mal alle fragen, um eben diese Offenheit. Wenn du jetzt sagst, ihr kommt irgendwann mit einem Jive ran, dann muss ja jeder Mitarbeiter auch das Gefühl haben, ich kann da offen sagen, was ich will. Ich kriege da nicht gleich einen über den Kopf gebraten, wenn ich ja nicht richtig den Müll baue. Sondern das sind ja alles Maßnahmen, um diese offene Kommunikation in Gang zu setzen. Passiert da auch sowas? Siehst du sowas schon? Ich sehe das bei Großkonzernen so, dass die größte Herausforderung für Kulturwandel immer im mittleren Management bestehen. Du hast eigentlich eine Bottom-up- und eine Top-down-Strategie, aber zwischen diesen beiden Brötchenhälften muss irgendwo auch der Hamburger sein. Und das ist meistens das mittlere Management. Das sind zum Teil Kolleginnen und Kollegen, die, seitdem sie Werkstudenten sind, beim Daimler sind, das kann 30, 40 Jahre sein zum Teil und kommen in den Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiterstelle hinein. Die abzuholen, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde, dafür haben wir eine ganz, ganz tolle Strategie entwickelt. Und das habe ich auch hier auf dem Vortrag vorgestellt, nennt sich Leadership 2020. Und ich habe da für mich ein ganz persönliches und auch durchaus ein emotionales Erlebnis gehabt. Denn als ich in Offenbach saß, auf unserem globalen ersten Summit, der in vier Tagen geteilt durch zweimal zwei Tage jeweils 650 Kolleginnen und Kollegen von allen Standorten weltweit abgeholt hat. Wir haben also Botschafter in den Standorten gefunden für dieses Leadership 2020, für diesen Kulturwandel. Vor Zetsches Abschluss-Keynote hatten wir so eine kleine Arena, saßen die 650 Leute von diesem Tag da und da ging ein Mikrofon durch. Und da meldet sich ein Kollege mit wirklich Tränen in den Augen und sagt, ich bin seit 40 Jahren beim Daimler, sowas habe ich noch nie erlebt. Und genau in dem Moment hat auch nochmal etwas Klick gemacht bei mir im Kopf, weil ich echt berührt war dadurch und sagte, hey, wenn wir den abholen können, ja, dann schaffen wir das hier mit der ganzen Firma. Und diese Leute brauchst du. Umso wichtiger ist es auch, dass du im mittleren Management so ein paar Best-Practice- und Proof-of-Concept-Sachen laufen hast, wo die auch ausprobieren können. Jedem ist doch freigestellt, nachher im Social Internet, ask me anything, mit seinem Bereich, mit seiner Abteilung zu machen. Jedem ist doch freigestellt zu sagen, hier, ihr meine ganze Abteilung, heute Samstag, ihr alle beim Italiener mit mir zusammen und dann machen wir mal schön was. Oder wir gehen irgendwo Wildwasserkanu fahren. Ja, lasst uns mal was zusammen machen. Teambuilding funktioniert vor allen Dingen erst mal in einer Struktur, die nicht großartig am Konzern hängt. Zu begreifen, dass wir alle in einem Boot sitzen, kann man durchaus bildlich sehen, indem man mal alle in einem Boot packt. Und da wir so wenige Flüsse, okay, wir sind direkt neben dem Neckar, jetzt weiß ich nicht, ob wir an der Stelle neben dem Werk in Untertürkamm da irgendwelche Paddel-Ausfahrten machen können. Aber das hilft manchmal, um solche Sachen ganz einfach auch bildlich vorstellen zu lassen, dass wir hier zusammen an einem Strang ziehen. Und das muss man immer und immer wieder machen. Ich halte das übrigens für einen sehr, sehr guten Input, den du damit gerade gegeben hast. Aber ich sehe auch, wenn du das so berichtest, das kommt nicht von selber. Man muss ja jemanden haben wie dich und wie andere aus eurem Bereich, die sich aktiv darum kümmern, diesen Change auch konzeptionell umzusetzen, nachzugehen, hinzugehen, Leute zu überzeugen, solche Konvents zu organisieren und so weiter. Und dann von selber kommt das nicht. Ein Tool einführen reicht nicht. Fast schon eine Plattitüde, aber du kannst es ja nochmal bestätigen. Es gibt wahnsinnig viele Führungspersönlichkeiten innerhalb des Daimlers, die das von alleine machen. Und die dann dadurch auch natürlich vorleben. Zu führen und in einer Führungsposition zu sein, hat vor allen Dingen eine ganze Menge damit zu tun, also sagen wir mal, Führungskraft zu sein ist, eine ganze Menge damit zu tun, vorweg zu gehen und Beispiel zu sein. Aber nicht unbedingt in Form von ich hier oben und du da unten, guck mal, was ich alles draus mache, sondern du bist Teil deines Teams. Und genauso musst du die ganz einfach auch entsprechend abholen und motivieren. Weil ohne dein Team kannst du keine Führungskraft sein. Genauso wie dein Team ohne die Führungskraft kein Team wird. Am Ende des Tages muss jemand Entscheidungen treffen. Wir können diese Entscheidungsprozesse verschlanken und optimieren, aber letztendlich muss jemand auch Verantwortung tragen. Ich glaube, da geht noch eine ganze Menge. Sehe uns aber auf einem sensationell guten Weg, wirklich sensationell guten Weg, und da ist so eine andere Atmosphäre drin. Selbst in diesen wenigen Monaten, in denen ich beim Daimler bin, ich merke das, wie es an allen Ecken und Enden passiert. Wie mir Mitarbeiter, die seit Jahrzehnten da sind, auf der IAA klopft mir jemand auf die Schulter und sagt zu mir, Herr Palmberg, jetzt möchte ich aber mal gerne mit Ihnen reden. Und ich duze ja wirklich jeden bei uns. Und ich sage, wer bist du denn? Darf ich du sagen? Ja, ich bin die Ede. Das ist meine 16. IAA für den Daimler. Also die ist über 30 Jahre im Unternehmen. Und dann sitze ich mit ihr da und unterhalte mich mit ihr über ihr erstes Blogposting. Auf unserem Corporate-Blog. Sie ist so durchmotiviert, hat so einen Spaß daran. Kommt mit einer Selfiestange an, macht erstmal, als allererstes müssen wir mal ein schönes Selfie machen hier und so. Und wir reden über ihr Blog. Das sind so diese Sachen, an die ziehe ich mich auch hoch. Ja, weil ich sehe, dass da wirklich Daimler-Urgesteine diesen Wandel mitmachen und den wirklich vorleben. Im allerpositivsten Sinne. Und deswegen mache ich mir da auch überhaupt keine Sorgen drum, dass wir das nicht hinbekommen. Natürlich ist das jetzt nicht irgendwie ein Selbstläufer. Du musst wirklich jeden Tag daran arbeiten. Sascha, erstmal vielen Dank, dass du deine Erfahrungen so mitgeteilt hast. Es ist immer schwieriger, auch mal aus großem Unternehmen sowas zu hören. War super. Nun kann ich dich allerdings als Mobile-Geek oder als Ex-Mobile-Geek nicht aus diesem Interview entlassen, um dich zu fragen, ob sich letzten Dienstag dein Chief Jobs im Grabe gedreht hat oder nicht. Wie siehst du denn die Geschichte mit Apple, mit dem iPhone? Klar haben wir alle vorbestellt oder haben sie auf der Vorbestellung, aber wir kritisieren es ja auch gerne. Wie siehst du denn die Entwicklung da? Ist Apple, kommt da jetzt nochmal was? War jetzt bloß, haben die jetzt nochmal kurz Luft geholt? Weil alle erwarten mal diesen riesengroßen Sprung nach vorne. Alle sind enttäuscht, dann guckst du dir die Geräte an, boah, was für ein wundervolles Stück Technik. Also es ist immer so diese totale Ambivalenz. Wie siehst du das denn als Experte vom Fachletzchen? Apple ist zur besten MeToo-Company geworden, die es auf diesem Planeten gibt und das leider schon seit Jahren. Das meine ich nicht nur leider, sondern eigentlich machen sie es ja richtig. Der Erfolg des Konzerns gibt ihnen recht, obwohl 2016 zum ersten Mal über das Gesamtjahr gesehen, die iPhone-Absatzzahlen gesunken sind. Obwohl Apple übrigens gerade vor zwei Wochen von der Nummer-2-Position von Huawei verdrängt wurde. Das sind so ein paar Alarmglocken, die man verstehen sollte. Ich finde das iPhone 8 jetzt mal ganz ehrlich durch und durchweg eine Enttäuschung. Ja, das sieht aus wie vor fünf Jahren. Gerade für eine Firma, die sich über Johnny Ive als Ikone des Industrial Designs definiert. Zurecht auch in meinen Augen, weil das zeigen sie immer wieder. Das iPhone X kostet so viel, glaube ich, wie das günstigste MacBook oder MacBook Air ist auch erstmal eine Hausnummer. Zehntel Smart oder so, ne? Das ist aber alles nichts Neues gewesen. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass das Next Big... Ah, ist ja eh alles geleakt. Die können auch mit den Events aufhören. Sollen sich das angucken, wie wir das machen. Wir kriegen das lustigerweise hin. Das soll Leaks in den Außen drücken. Übrigens Vorsicht, Air-Könige und so weiter werden ohne Ende abgefilmt. Also ich glaube auch, dass die Automobilindustrie eigentlich Leaken erfunden hat. Zumindest diese Air-König-Shots. Ich hätte mir als Next Big Thing was ganz anderes vorgestellt. Ich hätte mir gewünscht, dass Next Big Thing keine Hardware ist, sondern Software. Und ich hätte mir gewünscht, dass Tim Cook uns das AR-Kit von Apple auf einen völlig anderen Level hebt. Weil diese Demo, die da gezeigt wurde, nachdem wir vor zwei Jahren oder drei Jahren von HoloLens diese Minecraft-Demo damals gesehen haben von Microsoft, da holt sich doch keiner hinterm Ofen mit vor mit so einer Geschichte. Das ist doch alter Tobak und ich möchte verdammt nochmal mir nicht irgendwie ein Telefon die ganze Zeit vor die Nase halten und dann an so einem Tisch drumherum laufen. Das Potenzial für Air-Kit ist sensationell. Es hat kein anderer Hersteller so gut und so optimal an die Hardware und vor allen Dingen entsprechend an die Kamera und die Sensorik angepasst wie Apple. Das war schwach gewesen, das sagt aber auch was ganz anderes aus. Das sagt uns eine ganze Menge über den EEH-Gesamtmarkt aus, der in meinen Augen ein Riesenpotenzial hat. Aber es zeigt, dass die Entwickler noch gar nicht bereit sind, das zu bauen. Ansonsten hätte Apple aufgefahren ohne Ende. Da hat man dieses kleine Spielchen auf dem Apple-TV, dieses Sky-Ding, wo du so rumfliegen konntest mit so lustigen Männchen, viel, viel besser gefallen. Also nochmal, Apple ist mega erfolgreich, wenn wir Erfolg ganz klar am wirtschaftlichen Erfolg messen. Ist Apple das innovativste Unternehmen auf diesem Planeten, schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Ich würde mich wünschen, wenn Apple genau das wieder wird, weil die Gesamtbranche braucht das. Diese Smartphone-Branche hat sich an eine Sackgasse entwickelt, die ähnlich wie mit dem PC, wo der PC sich so anfing vor zehn Jahren drin zu befinden. Größer, schneller, weiter ist nur noch, mehr Pixel, tolle Kameras. Da kann keiner mehr was Neues entwickeln. Wir sind vom Gesamtausstoß im Jahr bei etwa 1,5, 1,6 Milliarden Handsets. Da passiert nichts mehr. Stagnation im High-End-Bereich. Der Markt lebt eigentlich davon, von Neuverträgen, dass neue Telefone und so weiter rauskommen und natürlich auch von der Entwicklung in China, in Indien, zum Teil auch so langsam in Afrika. Ich wünsche mir so ein bisschen so das Apple von vor zehn Jahren zurück, als das erste iPhone kam oder das Apple von vor sieben Jahren, als das erste iPad rauskam. Und ab und zu wünsche ich mir auch mal wieder die Arroganz von einem Steve Jobs zurück, den ich wirklich wahnsinnig bewundert habe, den ich auch wahnsinnig kritisiert habe. Aber mir fehlt das. Eins muss ich aber dazu sagen. Die Apple Keynote war die angenehmste Keynote von Apple aller Zeiten. Der emotionale Moment von Tim Cook. Du hast gemerkt, das war nicht einfach in diesem Steve Jobs Theater. Und das mag ich zum ersten Mal. Es ist für mich in den letzten 15 Jahren Apple wieder nahbarer geworden und anfassbarer. Und ich glaube, das tut der Firma sehr, sehr gut. Da will ich gar nichts hinzufügen. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank. Und ich würde mich gerne mal mit dir vielleicht im halben, dreiviertel Jahr wieder unterhalten und sehen, wie es beim Daimler gelaufen ist. Sehr, sehr gerne. Danke dir. Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja. Danke, findeh Volk. Das war's im Chat. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. containing die